und da sind wir wieder wer weiß wo ich bin ich habe mich versteckt haha da bin ich okay ich habe mir gedacht sie kann mir aber beschützen wenn ich sie schon schütze wieder geflügelt noch gefunden hier mal rein ja da blinkt was das ist gut das wollen wir haben hier ja gut dass ich mich über scheiße freuen kann okay ja da möchte ich ja guck mal was eine druidenkrone na gut sicher na gut wenn du das sagst dann wirst du schon recht haben so ja doch weiß ich kann man mit dir reden kann man jetzt mit dir reden gut rede halt nicht mit mir 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 rede nicht mit mir aber ein bisschen angst aber ich guck mal da ist eh zu okay na gut wie weit geht das hier noch ein bisschen okay warte mal in seinem haus haben wir da nicht versucht rein zu gehen warte mal warte mal warte mal was war das das haus nö oder doch moment soweit bin ich ja jetzt gar nicht gelaufen oder doch wir versuchen jetzt einfach jedes haus so da kommen wir auch nicht rein warte steht da nein da steht doch nicht wessen haus das ist hallo okay ist das dieses vielleicht schon bin ein wenig verwirrt aber nur ein bisschen okay hier blinkt auch nichts da können wir nichts machen ja hau den mal habe ich dich jetzt zuerst behalten ich hoffe es mal was machen wir denn zuerst hier das ist da Katze hier den heiler meuchel mal den heiler warte das habe ich noch nicht ausprobiert ne betäubt ein ziel bei perfekter durchführung und stiehlt dann ein gegenstand im inventar ok hier versuchen wir mal das war anfangs nicht perfekt ok ähm hier heilen bitte vielen dank und dann schlag ihn ich bin zu unbedürft ich mach das schon yes ach so ich muss das behalten dann ne bilden wir mal oh ich war ein wenig zu äh ich war oh oh warte wir haben hier so sowas haben wir hier ist das sehr gut ähm ach so können wir jetzt nicht mehr machen meiner wir müssen den hier erstmal oh nein ich hab doch nochmal gedrückt puh jetzt hör auf den zu heilen das geht so nicht Mensch so nimm mal hier nee besser ja sehr gut schon besser so ach komm mach das mal was kann man denn hier noch butters schwingt seinen hammer gegenstand angepasst nein 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 ich will lieber das jawoll das ist irgendwie nicht so wirksam hm hm warte mal warte mal so geht das nicht wir müssen mal eben dinge tun hm ich fürchte ich werde äh sterben das sucks aber gut so ach komm schon oh nein schon wieder zurück ja und zu früh losgelassen auch noch nice try yay wir haben unseren ersten kampf verloren juhu da müssen wir da die sehen ja nein da will ich nicht hin hu guten tag vermute mal wo sind wir denn jetzt was wir jetzt noch mal kaputt machen warte mal da ist hallo knöpfe das ist mir hier so 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 und so und das machen wir kaputt und dann gehen wir mal hier gucken und nehmen das wieder alles was wir schon vorher gemacht haben glaube ich so da passiert gar nichts so müssen wir noch mal mit dir reden ja das heißt wir müssen den vorteil auch noch mal aussuchen oder glaub ich schon ach so wir können mal versuchen ob wir das hinkriegen ich habe das doch eben geschafft warte los 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 juhu so nehmen wir natürlich wieder wir müssen glaube ich mal die jungs da hinten dann mit kacke bewerten vermute ich so dann gehen wir wieder hoch und dann machen wir wieder hier freundschaften mit dem nödl nödl so hoch ok ok na komm wir machen den mal nicht kaputt bringt ja auch nichts oder so so da rüber ist immer noch nichts drin oh hier war aber jetzt was du hey mehr können wir hier nicht kaputt noch nicht hoch sind die jetzt weg oder waren die nicht hier? ich weiß gar nicht die waren doch hier oder? da nein da so hm hallo hallo nö 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 oh doch hier achso warte ha ha mein kaputter schwertgriff ist das? Das ist ja scheiße. Entschuldigung, Butters. Drei von zwölf schon gefunden. Guten Tag. Ah, da können wir wieder was runterlassen. So, alles nehmen. Und dann gucken wir mal. So. Wir spielen doch. Uh, was ist das? Können wir damit nichts machen? Da ist doch was. Na gut, dann gehen wir halt wieder runter. Was heißt das? Oh, heiß! Und jetzt? Hm. Kannst du alles jetzt bringen? Oder können wir dann das hier abschießen? Oder wie jetzt? Nö. Keine Ahnung. Hallo? Du schon wieder. Du bist aber auch in jedem Haus, ne? Warte mal. Äh. Können wir da oben was abschießen? Na gut. Okay. An die Kiste kommen wir bestimmt noch dran. Yeah. Eis kaputt machen. Scherben. Nee. Geld. Yeah. Gib mir das auf. Danke. Warte mal. Nö. Hallo. Hallo? Hello? Mhm. Mhm. So ist es also. So ist es also. Mh, achso das auch nicht mehr. Ja, da macht den Berg. Nicht? Was ist dann hinten da dran? Versuchen wir das mal. Nicht? Ah, doch. Nö. Hm. Vielleicht von hier so? Ah ja. S'mores schnapps. Hm. Für dich ist das aber noch nix. Na gut, hier ist nix. Hier ist wahrscheinlich auch nix. Hier können wir ja noch nicht mal hingucken. Gut. So, dann machen wir das hier mal kaputt. Und dann kommen wir zur Tasche. Yay, mehr Farbe. Schule! Warte, haben wir den jetzt schon gefunden? Was? Jetzt haben wir ihn gefunden. Hier ist nix. Kommen wir da was? Oh! Huch! Entschuldigung, verhindert einen Treffer. Oh je. Okay. Aber hier nicht. So, hier können wir Sachen machen. Ah, okay. Mhm. Hi! Na? Oh, das ist cool. Hi! Das freut mich. Okay, das können wir auch nicht kaputt machen. Hi! Na ja, ich bin ja rein. Hallo? Ah ja, verstehe. Verstehe, verstehe. Haben wir aber gerade nicht. Also, wir brauchen goth Klamotten. Dann mit denen zu reden. Da kommen wir nicht rein. Gut, dann gehen wir einfach wieder. Gehen wir wieder? Wir wissen ja jetzt Bescheid. Quasi. Sagen wir mal so. Hallo? Nein, elementary. Wahrscheinlich zu klein für uns. Hm. Das können wir nicht kaputt machen. Oh, hey. Da geht's weiter. Na ja. Injury or death. Possible beyond this point. Danger. Wir müssen da hin. Okay. Können wir aber gerade nicht. Huch. Was? Wenn dir jemand mal was von deiner Nase machen lassen willst, was... Wer hat denn das jetzt gesagt? Wie? Nö. Keine Ahnung. Uh. Da ist Geld rausgefallen. Interessant. Da ist gar nichts drin. Da ist Sharks Bond. Da ist was. Du wurdest von einem Baum verprügelt? Du armer Junge. Da ist auch noch sowas. Das können wir aber nicht irgendwie abschießen, ne? Nö. Na gut. Okay. Hier können wir wohl auch noch nichts machen. Kommt wahrscheinlich noch, vermute ich mal. Erstmal hier. Da. Habe ich. Da. Danke. Yeah. Und zerfetzt das Plastik. Wo geht's hier hin? Irgendwo? Toll. Ach doch. Hier. Da ist was. Hier. Alles wunderschön. Nehmen wir alles mit. Einen Moment. Oh. Einen Moment. So. Da bin ich wieder. Nämlich gleich dem. Ich wollte hier nicht. Da kann man nicht schießen. Kann man hier hinten was tun? Nein. Einen Moment. Ja. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man nicht von einem Weißen ein Opfer wird. Oh. Die anderen. Oh. Da. Da. Hier. Komm. Wir reden erstmal mit dir. Tun wir nicht. Hm. Halt. Nein. 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 Ich wollte gleich erst kämpfen. Nein. Na gut. Wir schaffen das. Neut. Juhu. Konnten. Nein. Au. Weißt du? Einmal gut gegangen. Und dann? Was ist denn hier los? Ja, ja. Ja. Ach, komm. So. Und jetzt? Ach. Ja, aufpassen. Immer aufpassen. Ja, danke, danke. Ach, verdammt. Ich bin so doof. Ja, okay, dann nehmen wir die. Aha! Das bringt irgendwie nicht viel. Na, toll. Gott sei Dank. Okay. Okay, dann können wir jetzt mal hier was nehmen. Nehmen wir mal das. So. Ach so, ach, danke. Äh, hier. Hey, ich hab... Ich hab gedrückt. Ja. Ich hab's nicht verraten. Hier. Bo 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 bo. Bist du immer noch im Kontern? Ich weiß gar nicht. Aber... Ich hab's nicht verraten. Wir müssen ja immer den hier für die Mann. Ja. Ja. ja manchmal drück ich und es passiert aber nicht das nicht komisch aber gut ein bisschen was hier ich drücke ich schwöre dass ich drücke meine maus bestimmt das wird sein warte mal ja nehmen wir halt noch mal das wohl nie warte wir versuchen jetzt mal das doch mal besser auf ich kann doch einmal meucheln ja doch hier mal den also geht doch das immer schön heilen das ist immer gut kannst du irgendwas machen das war es jetzt du hast konnte an hast du noch konnte ich glaube nicht wir müssen auf jeden fall wiederbeleben hier wird nicht geschlafen klar du liegst auch sehr gut ist das passiert na warte so jetzt aber immer noch nicht was immer noch konnten dann halt gott sei dank geschafft so dann räumen wir die noch mal eben auf und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal auf dem schlachtfeld lasst mir da was ihr wollt und bis dann tschüss so jetzt so jetzt Vielen Dank.